Alter, ich hoffe, dass das so fett passt. Bist du? Wurscht. Ja, was geile Typen sind. Was geile Typen sind. Bist du behindert? Danke, danke. Alter, ich werde jetzt mein Mikro... Ich fahr voll gern, Alter. Ich fahr vorbei. Weißt du, so beide Daumen in die Luft. Also wir fahren so in die Luft. Und jeder so, so... So gern, Alter. Falsch. Du musst Diesel tanken. So... ... O So So Das war's. Alter, was auch witzig war, die Tage, also das muss ich jetzt ganz kurz erzählen, auch wenn es eine Competition ist, das muss ich jetzt kurz erzählen, oder erzählen, also ich war halt beim McDonalds mit einer Freundin, einer Freundin, betone ich nicht meiner Freundin, sondern einer Freundin, ich habe sie zwar sehr lieb, aber es ist nur eine Freundin, so auf jeden Fall, ich hatte mein Moped gepackt und da waren halt sehr viele Kiddies von der Feuerwehr, also so eine Bewerbsgruppe, und ich steige halt so aufs Moped auf, oder habe mir halt den Helm aufgesessen, und dann kommen so zwei Burschen daher, und der eine hat gefragt, ist das eine KDM, und ich so, nein, das ist eine Rijoux, und er sagte so, aha, kenne ich nicht, sieht aber aus wie eine KTM, sagte ich, ja, das einzige KTM bei der ist die Lichtmaske, sonst nichts, natürlich wäre es schön, wenn ich eine KTM hätte, nur keine 50 Kubik KTM, sondern eine, ja, eine 620er oder eine 625er, das wäre geil, eine 400er würde die auch schon reichen, ja, das wollte ich euch noch ganz kurz erzählen, ich verstehe die nicht ich verstehe die nicht ich wollte nicht auch gar vorbeischauen, aber im Grunde genommen tut sich eh nichts da fahren wir keine Ahnung keine Ahnung ja, ja, passt, servus ja 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 ja